sagt mal freunde glaubt ihr nicht auch irgendwie mein hals ist länger geworden ne oder? oder doch? oder ne? wie komm ich denn darauf jetzt? hat der ne macke? natürlich nicht, worum geht es denn heute? wer es noch nicht im titel gesehen hat um dieses absolut geile set den tollneck aus horizon forbidden west ja der will nicht so wie ich will aber es ist schon ein sehr sehr geiles set ja was soll ich sagen schönes schönes set heute ja ihr könnt ja mal gucken gefällt euch das? ist doch schon mal sehr geil ist ein gaming thema mal wieder ich habe mir gedacht ich brauche mal wieder was gaming-ringeriges ja passt doch oder es ist ein tolles set es ist von lego und das ist die 76989 ne gewohnte lego qualität ja die steine sind super sie klemmen super ihr kennt lego ihr wisst wie lego ist ne richtig geiles set ich drehe es mal ein bisschen wartet so so ist doch schön ja sieht das nicht geil aus? sieht doch sehr schön aus ne? ihr habt hier schöne steine ja gibt besondere sachen unter anderem was wirklich schön besonders ist ich stelle mein tollneck kurz zur seite unter und seinen großen langen hals hier ne? weil tollneck heißt lang hals ne? ihr wisst diese figur die protagonistin des spiels ich habe es leider selber noch nicht gespielt ja ich kann es euch leider nur ja wie sage ich es am besten ich habe selber noch nicht gespielt shame on me ich habe gehört das ist ein sehr geiles spiel gerade ich als zocker sollte das gespielt haben warum habe ich es noch nicht gespielt? weil ich habe es halt einfach nur noch nicht gespielt ja dann kriegt ihr noch so einen kleinen ich nenne es mal hund ich kenne deswegen auch nicht alle begriffe ihr könnt ja mal unten was in die kommentare dazu schreiben immer schön fleißig kommentieren ne? ihr wisst ja und wenn ihr noch nicht abonniert habt und seht hier lasst ruhig ein abo da weil für euch ist nur einmal klick aber für mich ist es schon sehr viel wert ne? ihr wisst schon ja diesen kleinen kleinen süßen kumpel nee nicht mich ich bin kein kleiner süßer kumpel der hier ist ein kleiner süßer kumpel guck den euch schon mal an der den nicht scharf den kumpel oder was? so da habt ihr ihn hier der sieht doch süß aus oder? das ist so ein kleiner wächter also so wie ich es mitbekommen habe der hier gibt alarm und dann macht der hier alarm ne? ja es ist ein sehr futuristisches ähm action spiel ich glaube es ist sogar ein rollenspiel also eigentlich genau meins ähm und da gibt es ziemlichen ärger ihr habt gesehen vorne das auge ist rot ähm das gibt es in drei farben ihr könnt es bauen in blau gelb und rot und ähm was ich weiß ist blau ist neutral gelb ist ooo achtung und rot ist äh da feind äh krieg immer angreifen das gleiche gilt für den trollneck hier oben muss den mal kurz ausklinken den schirm das habt ihr hier oben auf der platte wo ich gerade dabei bin zeige ich euch also das set hat ähm hat hier auch sehr schöne sachen ne? ja wenn ihr euch mal guckt ich sehe gerade ich habe hier ein bisschen auseinander gehebelt ja es gibt schöne goldene teile das hier zum beispiel ja ist auch schön gebaut also ihr baut dieses teil auch sehr schön ihr baut ihn im endeffekt in der mitte das tier nicht wundern eben ich habe ihn gebraucht gekauft ich kaufe in letzter zeit sehr viel gebraucht wie ihr an den videos merkt ähm da fehlt den stein kommen wir dann auch noch dazu jetzt habe ich es auseinander genommen ähm da musste ich den ersetzen ja so ihr kriegt hier hinten viele richtig coole ninjago schwerter da ich kann den tollen jetzt nicht abnehmen der ist hier ähm relativ entspannt festgemacht aber wenn ich den jetzt abnehme dann haben wir ein problem fällt er mir richtig ab deswegen versuche ich euch den mal so zu zeigen sooo guckt mal da ihr habt ihr diese coolen goldenen schwerter am hals ne da da und der hals selber auch hier habt ihr noch ein sticker ich muss den hals immer ein bisschen halten der hält von alleine aber ihr wisst schwerkraft und glamour steine sind keine guten freunde also wenn ich ihn zu schräg halte macht dann abgang ja oder hier wenn ihr euch die beine mal anguckt die sind auch sehr genial gebaut die sind sehr rudimentär weil sie alle gleich gebaut sind aber sie machen wirklich spaß also ihr baut ihr seht der hals kippt immer ein bisschen eigentlich wie ich das in der anweisung verstanden habe sollte er eigentlich so bleiben und er bleibt doch so aber aus irgendeinem grund bei mir nicht ich weiß nicht was ich wieder falsch gemacht habe aber ihr kennt mich ja kleine baufehler und alles und so halb verzeihbar aber halb so schlimm kriegen wir schon alles irgendwie in irgendeiner weise gebacken ne alles ist ja alles in allem was soll ich euch noch zeigen ja es gibt hier schöne viele sachen ihr baut hier unten ich kann sie ja mal abnehmen weil das geht ganz gut ihr baut hier unten so eine richtig coole ampel hier guckt sich die mal an die ist doch schön gebaut schön detailreich also was heißt detailreich so detailreich wie man eine ampel eine schrottige verrostete ampel halt bauen kann ist ganz cool gibt schöne schöne kleine details ihr baut hier eine birke die mir persönlich sehr schön gefällt ich baut die auch mal ab hier sie ist zwar nicht mich fixieren fixier mal bitte die birke will ich schon wieder nicht die kamera ihr baut diese schöne birke ist echt cool gemacht also sie gefällt mir aber man kann sie auch so schön wenn ihr hier seht sie besteht aus mehreren technik teilen deswegen könnt ihr die wunderbar ausrichten um den tollneck rum und dann steht die auch schön sieht richtig schön aus also das set an sich steht wunderbar sieht sehr sehr geil aus und dann baut ihr unten noch in die platte ein bisschen geraffel ein jetzt muss ich den tollneck am hals packen das haben wir nicht abhaut die platte an sich ich zeige euch nochmal die platte hier so ein bisschen grün so viel wichtiger ist ihr baut diese platte guckt euch die mal von unten an hier seht ihr den teller bunte kneter teller bunte kneter teller bunte kneter warum zeige ich euch den teller bunte kneter weil der teller bunte kneter richtig geil ist wie ihr hier unten seht ich muss selber nochmal nachgucken weil ihr baut den ja und dann ist gut ihr baut den halt boah da seht das schwerkraft und klemmbausteine also der hals ist relativ einfach wieder ran zu setzen ich lege die mal zur seite sonst das funktioniert einfach wie ihr seht nicht für ein video macht der trollneck wirklich einen abgang und fällt euch auseinander so wie mir gerade ist egal live auseinander genommen also nochmal ihr baut den teller bunte kneter hier unten auf der einen seite und dann setzt ihr das obere teil hier ran und dann habt ihr diese platte und darauf baut ihr dann alles drauf die platte ist sehr cool gebaut und macht auch sehr viel spaß und jetzt habt ihr hier live gesehen wie ich den teller bunte kneter euch gezeigt habe und den trollneck dabei auseinander genommen habe ja ist jetzt nicht schlimm kriegt man schnell wieder zusammengebaut ich mache es nach dem video weil ich will euch ja nicht zeigen wie ich hier was zusammenbaue ich will euch ja die wichtigen teile zeigen obwohl doch ich muss euch den zusammenbauen ich glaube ich mache hier mal einen schnitt einfügen ich werde hier glaube ich jetzt mal einen schnitt einfügen und euch das nicht wieder zusammengebaut ich sabbel euch einfach ein ohr ab und ihr schreibt in die kommentare ich sabbel zu viel sind wir uns zu einig machen wir so bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal ihr seht live kann man auch mal was zerpflücken live im video zerpflückt chaos pur ich lasse es sein ich lasse es jetzt sein ich mache es nach dem video ich will euch ja noch die tolle anweisung zeigen es ist eine lego typische anweisung ja cover 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 der tollneck der tornneck hier oben übrigens auch nochmal das logo des spiels und das allseits bekannte lego logo ganz wichtig ist ach so hinten noch ein spruch nicht so wichtig es gibt eine teile liste über zwei seiten schön für mich eine teile liste ja und ansonsten ist es eine lego typische anweisung nichts besonderes nichts was schwer zu bauen geht ihr seht es geht immer ein bisschen was ab ihr habt hier lego typische bauschritte ähm hier so kleinigkeiten da muss man auch mal gucken wegen dem licht da seht ihr das ein teil oder hier der hals ist auch noch nicht schön es ist leicht zu bauen es ist leicht verständlich es ist schön zu bauen danach also ihr habt hier kein kein unverständnis hier habt ihr wieder eine kleine box oder hier so eine schöne kleine box es wird alles im detail gezeigt ihr habt nichts worüber ihr euch groß ärgern müsst ich guck mal hier habt ihr noch eine teller wunde knete ich würde den mal lieber so zeigen sollen teller wunde knete ja also an sich ist es eine schöne leichte lego typische anweisung es gibt nichts negatives über diese anweisung zu sagen was ja es gibt nichts negativ also ich habe jetzt nichts negatives gefunden ich hätte gerne gemeckert aber es gibt nichts zu meckern es ist wie immer es ist lego es ist wie immer es ist schön es macht spaß kommen wir mal zu den nachteilen nachteile ich muss meine matte ein bisschen richten nachteile habt ihr gerade gesehen einer davon ist die etwas fragile bautechnik die warum auch immer ausgerechnet jetzt zum tragen kam und den tollen hier zerlegt hat das ist keine schöne sache passiert ich habe es provoziert ihr seht es an sich steht es halt super aber ihr seht es ist leicht fragil was gibt es noch für nachteile es ist leicht wackelig da müsst ihr auch drauf achten wenn ihr das set baut der kopf ist der hals ist ein bisschen wackelig alles schön und gut alles halb so schlimm und lego typisch habt ihr hier sticker was mich stört ist ihr habt kein stand dabei wo drauf steht horizon forbidden west oder information so star trek äh star trek nicht star trek star wars technisch irgendwie was dazu was leute die nichts mit dem set anfangen können die das nicht kennen vielleicht selber klemmpausestein enthousiasten sind ich hasse dieses wort ähm ja irgendwie in irgendeiner weise mit diesem set ähm in verbindung bringen können man müsst ihr also sehr viel reden erklären aber ansonsten schön und sticker mein absoluter negativpunkt in diesem set da sind die sticker der vorbesitzer hat sie schlecht aufgebracht und was sind sie was machen sie typisch sie versauen mir das ganze set ich bin an der stelle leider so muss ich euch sagen sie jetzt muss ich meckern sonst sage ich okay egal interessiert mich nicht es ist ein set damit komme ich klar alles cool und bei diesem set komme ich damit nicht klar warum komme ich bei diesem set ausgerechnet bei diesem set nicht damit klar könnt ihr euch das vorstellen sicher es ist ein 18 plus set ein 18 plus set für erwachsene an dem sticker angebracht sind ist für mich persönlich nur für mich in meinen augen ist es ein absolutes ähm no go muss ich euch ganz ehrlich sagen es ist für mich ein absolutes no go in einem 18 plus set sticker zu haben warum ist es für mich ein no go ganz einfach weil die sticker alles versauen die reißen es raus die versauen es mir die nehmen mir den spaß an der freude ähm vielleicht liegt es auch nur an mir aber das ist für mich ein großer kritikpunkt an dem set ähm ihr könnt ja mal in den kommentare schreiben ob ihr das ähnlich seht ob ihr da so ein großes problem seht ins sticker beim 18 plus set ja ich ja für mich ist das der absolute tot ja was gibt es noch zu sagen nix deswegen kommen wir zum fazit man hat mir gesagt ich soll nicht so viel sagen ich sag nix also Fazit das set ist erschienen 2022 ist ein set zum spiel horizon forbidden west jetzt kommt es es geht demnächst eol also wenn ihr eins haben wollt schlagt zu kostet aktuell 120 euro bei verschiedenen angaben ich habe 1190 steine beim held der steine bekommen auf amazon steht 1222 steine ich gehe mal auf 1200 also ich gehe ich nehme die mitte liebe leute oh geht doch live zusammen wieder gesetzt taschtäter wieder tadaaa 1220 steine kriegt er für 120 euro ich habe es gebraucht für 35 euro gekriegt ich würde es euch gebraucht empfehlen es ist ein schönes set wenn ihr es gebraucht kriegt kauft es mit karton ohne karton vollkommen karton ja lohnt sich auf jeden fall dieses set zu kaufen es macht wirklich spaß es zu bauen ich hatte schon lange kein set mehr was mit gaming zu tun hat ne ich weiß gar nicht warum aber gut ja das war es eigentlich für heute was habe ich noch heute kurze ansage an den spektre der klemmt falls ihr dieses video sieht ich habe das paket gekriegt mit dem auto demnächst wird gebaut falco ne nur mal so für dich und dann will ich dein ergebnis sehen beziehungsweise du kriegst meins vorgeknallt ne also wer den spektre kennt der spektre der klemmt aus der schweiz er hat ein auto eigentlich war die ansage an pauls klemmbausteine und an berlin briggs aber ich habe mitgemacht ich habe mir das auto auch gekauft er hat mir den link geschickt ihr werdet hier also demnächst ein technik auto sehen mit aufklebern ja ich bringe freiwillig aufkleber auf auf ein technik auto und fordere den spektre heraus seins zu zeigen denn ich will sehen wie gerade er klebt und wie gerade ich klebe und dann könnt ihr euch mal kaputt lachen ob ich es denn hinkriege also in diesem sinne guckt euch diesen tollen tollen Eck an bis zum nächsten mal und auch wieder gesehen